Herzlich Willkommen für ein neues Video. Heute brauchen wir eine Eisenfarbe. Und wir lassen uns erstmal diesen ganzen Projekt ernst. Stattdem wie ich hier die Eisenfarm bauen, wurde ich ja sagen, wir bauen da hinten die Eisenfarm, weil wir hier nämlich genau neben dem Sporen sind und da musst du dich halt mehr Stein wegkloppen. Hier können wir halt mehr Dirt wegkloppen. Wir haben ein Problem. Irgendwie sind wir hier in den Chunk und da ist einfach direkt eine Höhle drunter. Und ich weiß jetzt nicht, ob es so gut ist, wenn ich mich hier die Eisenfarbe bauen, weil dann die ganze wahrscheinlich eine grüne Sporen. Entweder leuchten die komplette Brüder aus oder wir bauen woanders. Ich würde eher sagen, wir bauen woanders. Aber noch ein bisschen Schienen mit den Sporen-Chunks. Es wird schon schwer, einen guten Sporen zu finden. Diese Chunks sieht passend aus. Und einen Kommentar findet ihr von links und unten. Das war ich jetzt nicht von mir seit zwei Stunden und dann baue ich diese Eisenfarm. Also tschüss. Vielen Dank.